Psycholour 2 Okay. Da können wir was machen. Okay, mehr können wir hier nicht machen. Doch. Nur gut. Ich kann nicht verbrennen. Ich sehe gerade gar nichts. Ich bin hier in der Gegend. Da oben ist eine Karte, okay. Komm schon. So. Gut. Weiter geht's. Okay, das sieht nach der... Mess. Kommt hier aber rein. Dort ist jemand. Geh mal runter. Ich will nicht vor Nick in trouble. Ist alles okay in hier? Oh. Wer bist du? Ich bin, äh... Nick John Smiths, neue Intern. Oh, also du bist derjenige, der nicht all diese Karte sortiert. Warte. Better get all this mail sortiert. Quick. You're making Nick look bad. Äh? Mail ich mir der Postabteilung. Warum ist die Karte? Oh. Oh. Okay. Machen wir mal den nächsten Automaten. Machen wir das? Was sollen wir denn machen hier? Okay, machen wir den nächsten Automaten. Machen wir das? Oh. 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 Ja. Jetzt kommen die ganze Nacht hier. Was ist das? Oh. 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 Oh, nein. Ja, wir können gut notieren hier oder nicht? Und jetzt? Oh, jetzt denken Sie auch, was für ein Sortiermeister. Truman? Hey, this might be important. I'd better bring it to Truman. Technically, this is official Psychonauts business. Heavy. What the heck, the Truman order here. Whoops. So. Aber wie bringen wir das zu ihm hin, ist die Frage. Aber, äh, okay. Kann ich auch mitnehmen, so? Ouch. That did some damage. Na gut. Kann ich einfach rausspitzeln mit so einem Paket? Oder wie soll ich ihn das bringen? Na gut, vielleicht filmen wir das ja hier raus irgendwie und bringen ihn das. Na, guck mal. Was ist das denn? Hey, ihr müsst euch das anschauen. Das neue Kind hat Nick. Er ist hier. Aber er ist... ...brainless. Welcher kinder verrückte Monster würde Nick's Brain? Ich meine, Nick! Vielleicht sieht er etwas, das er nicht hätte. Aber warum halten seinen Körper? Und warum mail ihn an der Grand Head des Psychonauts? Es könnte sein, eine Warnung. Hey, Leute. Die Lady Loctopus Casino bedeutet nichts für euch? Ist das nicht wo wir Agent 33 senden? Um herauszufinden, die Erleugierende Aktivität? Agent 33 ist zwei Tage später mit ihrem Status Update. Ich kriege den Jett. Ich kriege den Go-Case. Ich bleibe hier und schützen die Kinder. Was? Wir sind nicht alle auf die Mission? Wir könnten dich in Taktik-Kommand, Agent Forsythe. Und vielleicht werden die Internen von... Es ist nicht sicher. Nicht während wir ein Double Agent zwischen uns. Ich nehme ihre Platz. Ich habe gehört, dass der Buffett da ist schockendlich rechtfertig. Ich habe heute ein paar Trainingsmöglichkeiten geplant, die sowohl informativ und sicher sind. Man, dabei will ich dir so gerne helfen. Man, dabei will ich dir so gerne helfen. Den lassen sie einfach so liegen? He weh. Hä? Das ist doch ein bisschen makaber, oder? Ich hoffe, die Leute haben Nick´s Körper zurückgebracht. Ich sollte nachschauen und sehen, ob er okay ist. Er ist mein Mentor, nachher. Ja. Sehe ich jetzt auch. Ey, ich bin echt ein Blindfisch. Hier oben steht Fett Classroom. Und ich gucke immer wie bescheuert auf die Karte, oder? Naja. Ja. Es ist etwas, was dich beeinflusst. Ich denke nur über Nick. Du weißt? Oh, das ist richtig. Ne, ne. Na mal. Er hat das letzte Mal für dich, nicht wahr? Kann man, was die immer sehen, die Leute, oder? Oh, da ist aber jemand fitten alt, würde ich sagen. Okay. So, gehen wir zum Ottomanen. Denn wir haben ja ein paar mehr Punkte bekommen. So. Kombinieren. Ah, ich komme hier. Was war das denn? Immer noch neun Karten. Ah, ich habe keinen Ausschiedskern. Ah, okay. Okay, können wir auch lustige Sachen kaufen. Okay, können wir noch nicht so viel kaufen. Wir brauchen ja so einen Kern hier. Mal, den können wir kaufen für 25. Machen wir einfach mal. So, los geht's. Kombinieren. Herangehung verstiegen. Sehr gut. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Gut, eine haben wir dann. Lass uns doch einfach mal eine größere Kraft um mehr Schaden zu verursachen. Das machen wir auch. Das ist doch gut. Wir werden ein paar Sachen extra haben. Wahrscheinlich ist es hier drin, ne? Think Tank ist da der Unterricht. Ja. Oh, gut. Du bist endlich hier. Lass mich wissen, wenn du bereit bist, etwas zu lernen. Okay. Das müssen wir so machen. Okay. Das müssen wir so machen. Und wo ist dann hin? Und wo ist dann hin? Ja. Get in or get out Mal kurz gucken, was der Mission da sagt. Was soll ich da irgendwas bestimmtes machen? Betritt Hollys Verstand? Es ist an der Zeit, dort hineinzuspringen und mit dem Lernen anzufangen. Nicht warten zu lange, du wirst die Klasse verlieren. Almost had it. Ich muss nur ein bisschen mehr fokussieren, mit meiner Klärvoinanz. Meine Hits? Wie hinterher willst du? Aber was soll ich denn machen? Ich verstehe es nicht ganz. Muss ich ein bestimmtes Bett haben hier? Die liegen ja alle hier. Es macht mich unkomfortabel, dass du hier rumlaust, während wir alle versuchen, zu konzentrieren. Geht in oder geh raus. Geht in oder geh raus. Kann ich irgendwas anderes machen hier? Nö, kann ich ja nicht. Warte mal. Da steht drin, das Klassenzimmer von Hollies befindet sich in ihrem Verstand. Es ist eine Zeit, dort hineinzuspringen. Warte mal. Warte mal. Du wirst die Klasse missen. Wann fängt der Unterricht an? Wann startet die Klasse? Als nächstes du in meine Klasse. Hä? Das ist nicht deine Klasse? Nein. Das ist. Also bist du bereit, Kind? Ja. Ja. Und was bist du bereit für? Sicherheit. Oh. Oh, du denkst, die menschliche Kraft ist sicher? Das ist süß. Das Spiel ist schon abgefahren, muss man sagen. Und sie ist auch abgefahren. Koriander. Und das ist wie du es bestätst, die wir in der Klasse betrachten, wie die Klasse mit dem Entzündung. Und das ist wie du den Anwalt verbrechst, Koriander. Koriander. Oh, sorry. Could you repeat that? Sorry, kid. I warned you not to be late. I'm off to attend to some fiduciary concerns. Norma, take over for me, won't you? You can practice with some of those loose ideas. But, Agent Forsythe, is it safe to leave all these thoughts out like this if you're not here? Norma, please. It takes more than a few rambunctious children to affect the mind of a trained psychonaut. Uh, what are you doing, weirdo? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Okay. Now, how do I explain mental connection extremely simply? Let me guess. We focus on an idea in someone's mind until we form a tangible connection with it. Oh, I didn't realize you were mental connection expert. By all means, give us a demo. Class professor. If you can't do it, you can just save it. What the heck did you just do? I said connect with the idea. Not jump inside it like a hamster ball. Sorry. Old habit from the circus, I guess. Not only is cilantro delicious, it's affordable and easy to grow in a window box herb garden. What the heck is that? What? What? You left a slime trail. It's like he connected the two thoughts together. Oh, now you're in trouble. Hey, what's the big idea? Looks like disgust. Okay. Well, I'm sure it's not the first time Rasputin has created that thought in someone's mind. You're a little bit too. Hey. Hey, Raz. Weil, wenn du die Meinung von Cilantro verändern kannst, vielleicht kannst du ihre Meinung über die Kassino-Mission ändern. Hm, ich weiß nicht. Ja, ich meine, sie überrascht über unsere Kinder zu viel. Es dauert Jahre aus ihrer Lebensbedingung. Hm. Wenn du sie nicht so viel Angst hast, können wir alle gehen auf eine reale Psychonauts-Mission! Oh, du handelst dir doch nur Ärger ein, Raz. Drücke A, um herauszuschwingen und B, um die Fallen zu lassen. Natürlich, wenn du Angst hast, mach es nicht. Ich meine, du wirst wahrscheinlich aus den Psychonauts rauskriegen, aber was ist das? Kölnchen-Weisheit! Jeder Verstand erwirbt im Laufe der Zeit Kölnchen-Weisheit. Wenn du eins davon ausstöberst, erhältst du genügend konzentrierte Weisheit, um einen Rang aufzusteigen. Versuch nicht, ihr Gehirn zu töten, Raz. Natürlich, wenn du Angst hast, mach es nicht. Ich meine, du wirst wahrscheinlich aus den Psychonauts rauskriegen, aber was ist das? Kölnchen-Weisheit, junger Mann! Versuch nicht, ihr Gehirn zu töten, Raz. Gehirn zu töten, Raz. Wichtig, wenn du Angst hast, mach es nicht. Ich meine, du wirst wahrscheinlich aus den Psychonauts rauskriegen, aber was ist das? Kölnchen-Weisheit, junger Mann! Versuch nicht, ihr Gehirn zu töten, Raz. Was haben wir noch hier? Pyrognesebeschwerten, okay. Schweben. Ziehschlag. Dann machen wir den doch. Müssen wir natürlich hier drüben packen. Raz? Erinnere mich. Ich frage mich, ob ich das letzte von den Schiffen. Na, guck mal. Ist das eine gute Idee war? Wir wissen es nicht, wir probieren es einfach aus. Oh, warte. Das war eine schreckliche Idee. Okay, er hat wohl gleich. War eine beschissene Idee. Okay, geben wir zu. Sie haben einfach nicht die Erfahrung gehabt. Wenn ich sie zu diesem Casino lasse... Ich will sie nicht wissen, dass ich hier bin. Sie sind tot. Ja, das war eine schlechte Idee. Ups. Wo bin ich jetzt? Unsere Frau von der Neurologischen Hospital. Ich denke, Hollis sagte, dass sie hier einmal ein Intern war. Ich hatte immer meine beste Ideen hier. Ich hoffe, dass ich nicht zu Dr. Putz runne. Dr. Putz? Oh. Schlechte Idee. Kann einem um die Ohren fliegen. Okay. Ich denke, das ist eine schlechte Idee. Oh. Schlechte Idee. Kann einem um die Ohren fliegen. Okay. Warte. Ich denke, das ist eine schlechte Idee. Okay. Ich denke, das ist eine schlechte Idee. Okay. Wir müssen noch einmal die Dinger einsammeln. Das ist eine Tasche. Das ist eine Tasche. Haben wir vielleicht einen Anhänger dafür? Ne. Oh, komm mal hier. Das brauchen wir gar nicht. Da ist schon der Anhänger. Hier ist der Tasche. Oh, cool. Wir können hier recht viel einsammeln. Was ist das? Haben wir dafür einen Anhänger? Nein. Aber den finden wir noch für den Anhänger, glaube ich. Irgendwann wird er sein. Hier ist auch irgendwas. Was? Okay. Lange aufgestiegen. Was ist das hier? Nur Leben brauchen wir nicht. Also brauchen wir schon und nicht jetzt. Gucken, was hier drin ist. Hier ist immer nur Leben. Okay, da ist anscheinend immer nur Leben drin. Okay. Okay. Wir haben auf jeden Fall... Was? Meine Verbindung mit dem Controller wurde getrennt? Dann wollen wir noch hoffen, dass die jetzt wieder da ist gleich, ne? Ja. Oh, gut. Aber auch immer. Okay. Wir haben auch ein paar Sachen. Wir haben einen Anhänger gefunden. Wir haben einen Anhänger gefunden. Auf jeden Fall hierfür. Freude dich. Ja. Sehr gut. Hm. Dann laufen wir hier doch mal jetzt hinterher. Ja. Ich denke, ich höre ein bisschen emotionales Brot. Oh, mein Gott. Schau an die Größe des Kindes Kopf. Schau ihn zur Radiologie. Stat. Was? Oh. Hat er Bilder von mir gemacht, wenn man sieht. Ach, das ist mir nicht da unten. Guck. Das ist ja lustig. Gut mal. Ich habe gehört, die Technik, die du benutzt, wurde von deinem Intern, Hollis Forsythe. Oh, mein Intern? Ja, ja. Wir haben dort ein bisschen zusammen gearbeitet. Was? Vielleicht könnte er wieder abspringen. Okay, nicht. Hä? Kann ich mal da ran abspringen? Ah, okay. Jetzt. Aber was gerade hier nicht ging, weiß ich auch nicht. Na gut. Der Patient wird eine volle Rehabilitation, Dr. Potts. All thanks to you. Mhm. And your brilliant Intern, Hollis Forsythe. Why, uh, yes. Well, she has been a helpful assistant. Wie gerne. Wie gerne. Ich liebe das Gesichter. Dieses Gehirn hat großartig gemacht. Ein weiteres Leben geschaffen von der Forsythe. Der, der Potts-Method? Der Potts? Der Potts? Das war meine Invention? Der Intern hat nur Transkribe meine Diktation. Oh, okay. Oh, äh. Entschuldigung. Dr. Potts? In fact, ich dachte, dass ich von ihr rauskriege. Hm. Haben wir ein bisschen was erfahren, aber auch nicht so viel. Hey! Ich habe ein halbes Hirn. Da hat wohl jemand ein Hirn verloren. Oder zumindest ein halbes. Wenn du die andere Hälfte findest, erhältst du ein komplettes Hirn voller geistiger Energie. Hm. Ich habe ein halbes Hirn, um die andere Hälfte zu suchen. Something sagt mir, es ist nicht zu weit entfernt. Warte mal kurz. Ich glaube, alle kriegen wir nicht, ne? Ich glaube, wir haben auch schon zwei verpasst von diesen Dingern hier. Aber naja. Ha! Good luck collecting your debts after I'm dead, Losers! Äh? Yes! Ein ganzes Gehirn haben wir jetzt. Gut, jetzt haben wir einen extra... Äh... ...Energiepunkt bekommen. Die praktisch ist. Ich kann nicht glauben, dass einige Leute öffnen Kaskettfunktionen lieben. Hm. Schade. In unserer aktuellen Firma. Okay, wundervoll Glück gesammelt. Was ist das? Change the Mind through Mental Connection. Der perfide Dr. Potts. Okay. Aha, hat's geklaut von ihr. Und ist damals noch berühmt geworden. So ein Schwein. Vielleicht, wenn ich ein paar Schmerzen umgehebe. Ich könnte diese Hälfte posten, aber nicht diese. Oh, warte mal. Ganz kurz gucken, wir haben genug Abzeichen bekommen. Okay. Okay. Abzeichen. Oh. Machen wir? Ich mach die erstmal alle. Handstecker. Hm. Handstecker? Hm. So. Hör. Wie habe ich mich über Geld gestreckt? Hm. Hm. Na ja. Ich muss nur diese Gedanken anziehen und auf die Kinder fokussieren. Seine Sicherheit ist das wichtigste. Und es ist nicht nur, weil ein Verwaltungsgericht uns jetzt wegkriegt. Diese Casino-Mission wäre eine gute Erfahrung für sie. Aber es ist zu riskierend. Was, wenn ich sie gehen lasse und das Schmerz passiert? Okay, wir müssen da irgendwas machen gleich. Mh. Hm. Ja. Das würde sie auf so viele mehr Missionen öffnen. Ich meine... Lebenserfahrungen. Ah. Guck mal. Okay, müssen wir da mal irgendwas anderes connecten hier wahrscheinlich. Ich sammle erstmal die Sachen hier. Gib mir deine Wisdom, Nugget. Ich glaube, die ganzen Dinge einsammeln hier. Hm. Mh. Gucken wir mal kurz auf den einen hier. Okay, warte mal. Müssen wir kurz gucken. Hier gehen wir ins Risiko rein. Und statt den Tod nehmen wir... Entzücken. Oh, es ist lustig, Risiken zu nehmen. Aber was ist es? Okay, jetzt... Wir können es gebrauchen als... So, ich will eigentlich nicht Stress haben. Ich würde eigentlich ganz lieber finden, das Geld haben. Das müssen wir auf jeden Fall... Da gibt es auf jeden Fall Kohle für, ne? Oh Gott. Ich bin irgendwie verkehrt. Abgebogen irgendwo. Ich glaube... Ich weiß... Ich weiß... Ich weiß... Ich weiß... Ich weiß... Ich weiß... ...kann gerade知ет dir. Dann können wir uns ja... Ein Problems zu finden. Da habe ich ihr ein bisschen zu viele Ideen gegeben, würde ich sagen. Witzig. Hey, Teach, what gives? I was in the middle of a sweet hook up there. Guess what, kids? You all did so well on your lesson. How about we give your new power a test drive out in the field? You mean we're going on the mission? For real? Isn't that dangerous? You know what they say, Sam. Nothing ventured, nothing brained. I don't think that's what... Let's roll. Heck yes! Cool. All right. Sweet. Um. Woo! Oh, das war wohl unsere Schuld. I'm so glad you changed your mind about the mission, Agent Forsythe. I was nervous about bringing the children, but if you feel that it's safe, then it must be. It's crucial to find out what these delusionists are up to at the casino. With you handling tactical command, I'd say our probability of mission success has risen 35%. I'll take those odds. Now, how long till we reach the Lady Lactopus? We're almost there. Agent Forsythe? How are you feeling? Well, we're here. We're here. Using a false identity, we've seen you have a high roller suite to use as our base of operations. Now, children, you are not to leave this suite. Like most casinos, the Lady Lactopus has a strict, no-psychic policy. Oh. Weak. Be happy for this chance to observe Agent Forsythe in action. T-Cup, this is Shoehorn. We are near position one. I'm moving down the primary ventilation shaft. Okay, schauen wir uns doch mal an, was wir hier beim nächsten Mal machen können, in diesem coolen Casino. Seht auf jeden Fall gespannt aus. Oh, yes. Shoehorn, this is T-Cup. Bin gespannt. Vielen Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.